Ich weiß nicht, wie das alles zusammengepasst, doch wir werden ihn aufhalten. Offenbar dient er, ähm, Bane, wie Kräfte von Nicole diente. Wer weiß, welche Kräfte er gewonnen hat, seit ihr ihn kanntet. Wir finden heraus, was, wenn wir bald das Tor sind. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, aber erstmal noch bald das Tor. Wir tun es gemeinsam, was auch nötig ist. Vorsicht, kann auch ihr brennen. Nicht, wenn ich ihn zuerst töte. Definitiv. Er wird nicht mit ihm weggehen. Ich kann mir nicht helfen, dass ich in der Nacht zu lange schlafen habe. Und ich habe nur eine leckere Torch in meine Hand gehabt. Was redet ihr da? Ihr wirkt bestens Clown. Ich hätte gedacht, dass es eure Stimmung dämpft, aus der Existenz zu sein. Wir sind doch noch nicht über den schattenverfluchten Berg, gell? Ja. 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 Wir verstehen, dass es die wahrheitliche Natur ist. Es könnte die Möglichkeiten unserer Verkäufe erzeugen. Wir müssen lernen mehr über was wir gesehen haben. Und nachdem wie die Kraft der Kräuter der Kräuter der Kräuter dokumentiert wurde, Schritt für Schritt. Wie Glück haben wir es, wir finden uns bald nahe einer der schönsten Buchkollektionen, die dieser Seite der Kräuter gibt. Sorcerer-Sundrys. Ich muss da gehen und lernen, was ich kann. Warum sollten wir ausgeschnitten in einen balduischen Zaunballern zuerst suchen. Ihr wollt also einfach einkaufen gehen. Reisen wir erst einmal nach Baldur's Tor. Oh, nach Baldur's Tor. Es wird nach der Zeit. Das ist gar nicht so komisch, aber ich bin sicher, dass sie ein Wasser haben. Ihr müsst euch verabschieden, meine Egenheit. Aber wenn meine Verkäufe prüfen, um Wasser zu halten, dann könnte das die Antwort auf alle unsere Probleme sein. Frieden und Freiheit sind wahrscheinlich noch ein ganzes Stückchen weg. So, ich muss jetzt erst einmal gleich ins Lager gehen. Erst einmal der Stufenaufstieg. Und den haben wir uns verdient. By the way, willkommen zurück zum neuen Part. Weil los geht drei. Nahtlos jetzt übergegangen der Part. Und die Haare sind immer noch nicht gefixt. Ah, wir können einen für Zauber. Nummer Stufe 4. Nice. Verwirrung. Verwirre eine Gruppe von Kreaturen. Wir treffen wahllos an, wandern Ziel und umher. Wir überspringen ihre Verwirrung gegenehmigt ihre Züge. Das ging sehr gut. Nun sonst töttiere dich und höchstens ein. Verbünden in der Stelle die du sehen kannst. Wow. Verbündet da höchstens Mittelgruß sein. Verbünden und Teugungsspiegel. totstellen kennen wir schon in einem verbunden ist der betreibung schweigst länder kann das ziel nicht verlangsam und das ist schon echt nice dimensionstürfen ich aber noch viel leiser das nehmen wir mit dazu glaube ich so können wir was hier ändern ein toten regnen haben wir noch nie gebraucht was hätten wir jetzt alternative das könnte jetzt nicht werden bewegungsfreiheit obwohl die in donnerwohnung habe ich auch verzweifelt vermisst metallhitzen hat auch was das nehme ich mal furcht haben auch nie eingesetzt und von toten sprechen behalte ich mal lieber noch jetzt setzen wir das hier ok gleich der nächste ok da können wir nichts verändern kämpfer stupe 7 2-0 der zauber zerbersten ja sehr gut gebrauchten soll gut feiern urkan das schloss verschließt in den türen oder einen behälter mit magischem schloss das nicht durch schloss knacken oder klopfen geöffnet werden kann auch nicht schlecht brennende fünf jahre gut so dann nehmen wir hier das kommen noch mit rein nehmen wir brauchen das erste müssen irgendwann mal wieder und gegen maria stufe 7 entscheidung aufstehend schwache schwachen elementar beschwören der an der seite kämpft sehr gut plage pflanze allein durch den zauber maximalen schaden wir sind pflanzen allein auch so pflanzen allein durch feuerschütze hängelt deinen körper in flammen im radius von drei meter licht spenden resistenz gegen feuer und kälte schaden während uns bei nahe und frühen zurück schlagen ergehen könnte ein bisschen schutz gebrauchen hier wird es schwarze zentakel warum das auch nicht schlecht verbannung verbann ein ziel vorübergehend auf eine andere existenz gehen das ist echt nicht schlecht feuerwand in der feier woher geld der hacker und zu ihren lodernde feuer und jeden verbrennt die jetzt mal kommt nicht schlecht stein und tödliches phantom plage entkretter mit dem schlimmsten albträumen sein 4 bis 40 psychischen schaden ich mag die feuerwand der mental der von seite kommt das auch nicht schlecht so ein level up und jetzt stufe 7 genial und dann erstmal lange rast ich hoffe die diskussionen hier mit den anderen können bis zum nächsten mal warten wir müssen uns erst mal heilen wir brauchen neue nahrungsbeizern bei los geht's und das ist wahrscheinlich sehr bald sonst gute neue nahrungsbeizern bei dich Er könnte absolut nach Ravngaard, wo werden sie ihn hinbringen, was wisst ihr über Gontasch und Oren gehen, wenn Sorameit ihr könntet darüber reden was euren Pakt Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte Ok, der Synchronsprecher hatte keinen Bock mehr Ich habe erst noch eine Frage, was würdet ihr opfern, um sie zu retten Ich würde mein Leben opfern, wenn ich die Bewohner so schützen könnte Meine Seele würde ich nicht aufgeben, falls ihr darauf anspielt, was nach mir gehen könnte, und ich könnte sie nicht erbrennen Es ist, und ich habe es gemacht Ich war 17 Jahre alt Vater, ein älter Ravngaard hat gerade einen Grand Duke genannt worden Und er hat einen Weg zu Elterell, um eine Diskussion zu ermöglichen Das ist, wenn das Kult des Drakons sich umgebracht hat Das Kult des Drakons? Eine fröhliche Religion? Sehr gut Der Drachenkult ist in Baldur's Tor eingedrungen, zu welchem Zweck Großherrzeug hat einen Knaben die Verantwortung gelassen Sie ist ja nicht gut ausgegangen Der Drachenkult, der Drachenkult ist ein Der Drachenkult, der Drachenkult und zu uns Er hat nichts, was er in der Lage ist Da waren sie, auf dem Fuß des Heils. Dein Kopf schreit. Will will zeigen dir, was ist passiert. In der schweizenden Schuhe, fünf Gruppen von fünf Figuren, jeden in einem totem schreit. Auf jedem totem ist eine Hüte der Dragon, und ein massives Orbe in der Hüte. Die Kultisten schreit, First softly, then crying to the starless sky There is a crack of thunder, a gust of wind And a dragon's white head appears in the storm The first of Tiamat's five heads As the maelstrom howls, Mizura's lips press to your ear She will destroy Baldur's gate Grant me your soul and I will give you the power to save it She whispers She read the terms while two devils stood witness and I said yes, one soul for one city That was nothing, Baldur's door will now be attacked With such a sword, Baldur's door will surely be one of the reasons why the city should be able to save it Töpferentscheidung und entschrecken erregender I have only 25 quidesten aufgenommen I can't believe How did you do that? Okay What do you have with your father? She didn't She came on order of her mistress, Zariel No way Tiamat made a play for power She came on order of her mistress, Zariel Von der Stadt zu retten You have to only 25 quidesten aufgenommen und zu glauben I had Mizura at my side And the archdevil Zariel guided our hands that day I'd burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis The cultists choked on our poisons and burned from our flames When we were done, all that remained were five grayed orbs atop a pile of ash My soul was bound and my lips were sealed It was tapfer was seen in the city You have lost your eyes in the battle of the drachen cultists And what happened with your father in a great sense And I will go back to the subject It is the one scar I ever bore of it Mizura replaced it with ascending She uses it to track my location and speak from a distance I could flee to the spine of the world Or the depths of the lower dark And still never shake her I don't know that it was brave I just know that it was right What happened with his father? He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words I'd led him to the battlefield, but Mizura had swept it clean I showed him my stone eye, but he only turned away After he said only one word Go So I did So I did I understand Uh-huh Uh-huh Orin I'd never heard tell of But Gortash I know Or Know of More precisely A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers A bit player with dreams of a leading role The way father told it He had no use for Gortash And even less for his advice I don't remember much beyond that But where these chosen are concerned I have a suspicion we're about to know more than we'd like Okay Okay Maybe... 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 Maybe I'd have a idea Ich glaube das mal haben muss. Vielleicht können wir irgendwie eine Krampfnarbe. Bei der Dauer habe ich jetzt schon immer das Kno dran lassen. Körperschmuck. Neue Tätowierung. Aber wenn dann zusätzlich. Klar dass das nicht geht. Noch eine zweite Tätowierung. Noch eine Krampf besorgen können. Besorgen haben wir damals Pursings besorgt. Oh das Schwert. Das ist ja was. Herzfreundzwirbel. Ein Badenringer. Auch nicht schlecht. Das Schwert gefällt mir. Jetzt Anfuß darauf. Kann ja schön sein aber. Wie sieht das Schwert. Durch mit Pupere. Helfen. Helfen. Hat was. Die Spitzen hier. Hm. Span. Das hat auch was. Pupere. Ich weiß nicht. Was schmeckst ihr. Ich dachte das war uns irgendwie. 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 Neue Frisur, nein, eigentlich nicht, auch nicht schlecht, nein, wir haben uns piercen lassen. Können wir eigentlich, was können wir mit Geld dorthin gehen, könnten wir den auch umändern. Können wir den jetzt komplett anders machen würden, den zum Teufel machen würden oder so. Ah, Dorthin, ja. Neue Frisur, nein, keine Ahnung. Vielleicht kein Text. Anuja hier war. Wo warst du eigentlich in der Schlacht? Oh Gott. Tritt ein Patch und zwei mehr Blumen in den Platz. Ein älteres Gehirn, verbunden durch die verlassenen Magik, mit den Servanten der Toten, die die Kabel hält. Das erinnert mich an alten Zeiten. Ihr würgt beinahe, als hättet ihr auch einen Spaß. Ihr hattet schon mit den Toten drei zu tun. Ihr habt viel Zeit in den Gedanken schon auf dem Trolle Kolonien verbracht, nicht wahr? Bist du nicht? Ich habe mich besser und nie besser amüsiert. Ähm, allmählich doch. Ich habe einen Parasiten im Kopf, da ist es schwer, irgendetwas zu genießen. Ja, stimmt alles irgendwie. Du kamst hier in der Suche für eine Kürze. Aber du hast eine Konspiraus gefunden. Ich kann nicht sehen, wie es das entschuldig sein würde. Aber du hast Zeit. Wir haben einen Mann, der nicht sterben konnte. Und erliefst die absolute Armee ihrer General. Du hast eine neue Stimme. Und du bist auf dem Schuss von zwei mehr. Diese Schöne haben Grund, um dich zu hören. Und ich würde gerne auf deiner Seite sein, wenn du sie konfrontieren. Auf jeden Fall. Er wird zu mir gestoßen. Ich werde froh sein, euch an meiner Seite zu wissen. Aber es ist doch nicht die Hierarchie durch einen eigenen Weg. Und wir haben sich schon im Kampf erlebt. Ich weiß nicht. Ob sie ins Team nehmen will. Aber es ist klar, er kann sie ankommen. Wir brauchen sie irgendwo zu. Wenn wir in der Schöne gewinnen. Wenn wir in der Schöne kommen, dann, wir müssen wieder weg. Wenn wir uns auf dem Bordereich kommen. Wir sind auch in der Schöne. Wir sind alle in der Schöne. Wir sind aus dem anderen Seite. Wir sind die Schöne. Ich habe keine Schöne von einem Schöne. Wenn wir nicht auf dem Bordereich kommen, dass wir hier auch noch einen Weg finden, gibt es noch ein Weg zu schweben. Ich werde euch folgen, wo auch sie leiden. Ich werde euch folgen. Ich hoffe wir haben Baldur's Gate ein bisschen Zeit uns zu erholen, bevor der Wurstfahr beginnt. Ich habe die Stadt anzugucken und so, bevor es los geht. Okay, ich heiße ihn, den würde ich gerne im Team haben, wenn es irgendwie geht. Und sie hätte ich natürlich auch gerne im Team. Das wird großartig. Das wird aber wahrscheinlich nichts zu mächtig. Meine Liebe, du warst. Ich habe dein Körper gesehen. Ich bin hier und so bist du. Und mein Vater, er... er kann uns nicht mehr verletzen. Ich dachte, jeder Nacht, dass du wieder zurückkommst. Ja, schön. Viele wieder sehen. Seine Seele wurde durch den Gott der Tod verletzt. Seine Krankheit hat ihn verletzt. Aber für alle, die er singt, hat er dich wieder zurück. Ich bin hier. Und du? In diesem Moment, ich will nichts. Wir sind... Geschwister? Ich habe das richtig verstanden. Oh, Aelin. Wir kennen uns schon. Oh! Aber wir haben uns getroffen. Das ist der Soldat, der mich von der Schäden verletzt hat. Sie haben meine Schäden verletzt. Sie haben meine Schäden verletzt. Die Schäden verletzten. Die Schäden verletzten. Die Schäden verletzten. Sie haben gut gegen deinen verletzten Vater. Kann er endlich in Frieden bleiben. Jetzt, dass er tot ist. Die Schäden verletzten. Die Schäden verletzten. Ich habe mehr zu bedanken, als ich wusste. Und wir haben viel zu diskutieren. Vielleicht können wir dich in deinem Kamp später sein. Oh! Sehr gerne doch. Dort ist es schon ein bisschen voll. Und gerne doch. Wir schauen uns an. Jetzt, du uns verlassen. Wir müssen die Schäden in einen anderen Körper und Worte nehmen. Zina und du Team zu haben. Beide. Wir sehen uns später. Beide. Elizabeth und sie. Beide, wenn ich gerne im Team habe. Ich habe die Faust. Ich habe das hier überlebt. Ich habe mich schon gefragt, was wir haben. Wie zum Teufel es hier unten aussieht. Wir sind ja durch die Hintergrund gekommen. Jetzt führt dein Weg, dich zu der Boulders Gate. Aber ich kann dich nicht mit dabei sein. Ich muss dich nicht mit dabei sein. Über da ist die Kurs, die immer noch zu leben. Oh. Ich habe diesen Platz verloren. Jetzt muss ich hinterhalten. Und es stelle aufzuhören. Schau. Vielleicht können wir immer noch etwas tun, um die Flut zu brechen. Nein, können wir nicht. Das Portal. Das Portal mache ich nicht noch mal. Vielleicht, dass die Dinge nicht anders gelaufen sind. Dieses Ort braucht mich. Ich wünsche es wäre anders. Ich mache es wirklich. So lange die Kürze bleibt, muss ich sterben. Schade. Die Bedingungen, dass wir ihn mitnehmen. Im Team. Dass wir ihn im Team bekommen. Dass wir den Schattenflucht beseitigen. Tja. Schade. Ich hoffe, Isabel oder Sie können mit dem Team bekommen. Wie gesagt, sie kommen ins Lager. Aber. Mal schauen, ob sie. Alles gut. Ähm. Der Käffchen getötet und das alles, was du jetzt sagen hast. Wie habt ihr es hierher geschafft? Eine Flamme Füße? Eine offene Füße, eigentlich. Sie hat alles verabschiedet, um sicher, dass ich es hier sicher gemacht habe. Oha. Oha. Das ist für mich abgekriegt. Das ist für mich abgekriegt. Das bedeutet, dass wir damit Heisen nicht mitnehmen können, aber... Ja. So soll es wohl sein. So soll es wohl sein. Das heißt, wir sind am Seeufer. Nee. Oh, oh Gott. Oh, hier die Vorhallen. Große Güter. So. Wie geht es nach bald durchs Tor? Bringen Gorte Sniestersteine an dich. Bringen Urguns' Nestersteine an dich. Der gleiche Elch. Gut, ich würde sagen, ob nach Beilochs Tor oder nicht. Das ist das Ziel. Ich habe schon Verbündete, ich weiß, da habe ich gerade Jahira studiert, auch rekrutiert, es wurde schon genug lehn zerstört, ich will nicht noch mehr in die Tode schicken, ich brauche keine Verbündete, ich habe euch. Ich habe ein Asset für euch auf der Reise, ihr Harpers auch, aber wenn wir zu erreichen, werden wir anderen brauchen. Ich hoffe nicht, dass die Stadt zerstört ist und mehr ankommen. So viel zu der Schnellreise. Dürfen wir jetzt? Ja, ich würde jetzt einfach weitergehen, um in den Flug zu brechen, es tut mir leid für Hellsehen und leid für alles andere, für alle anderen Wirtschaftlers ohne uns. Wir haben ein anderes Ziel. Ja. Ja. Ja, komm, auf nach Beilochs Tor. Vergissere dich, dass du alles erledigt hast Im nächsten Schritt war es Warnung des Gebiet Sie betritt Es war extrem schwierig Egal Nur raus hier Das Gebiet du hast Aus dem wir kommen War extrem schwierig Für mein Team Auch diese Herausforderungen Wir haben noch Wir müssen weiter heißen Tut mir leid Du schaffst das schon Ich glaube an dich Du findest ein paar Hafen Die das Tor für die Verteilung Schade, dass er nicht mitkommt Aber dann ja Ich bin happy Ich bin Schattenreich Aus dem Unterreich Und es wird auch schlimmer kommen Ich bin Und es wird auch schlimmer kommen Ich bin Und es wird auch schlimmer kommen Und es wird auch 솔직 Auch die Verteilung Das ist Mord und Mord. Das war's für heute. Vielleicht gibt's jetzt zumindest ein kleines Moment hier noch wo. Vor dem Sturm. Nein. Ein Luftschirm, der Ersatz, so sind wir gewohnt von, wo das geht. Die Flamme der Vorst? Es ist ein ganzes, was ich noch nicht? Ihr Blut ist weg, Herr, Du bist weg, Herr, gib mir eine Grund nicht, dass Sie nicht mit den Blut zerbauen. Kontrollen Sie sich, Orin. Wir brauchen uns auf den Reunigen die Stöhnen, oder der Gehirn wird frei. Diese Quakes sind nur der Start. Keiner von uns erwartet die Prism-Bearer zu töten Ketherick. Sie werden nach der Stadt gehen. Wir machen sicher, dass wir ihnen eine Buldurian willkommen geben. Ich will dich für dich. Für deine Haut, für deine Haut zu sehen, in der Licht. Little Tyrant. Glückwunsch für dich. Sie haben eine ganze Familie von lebenden Fleisch in Rivington, an High-South. Sie werden meine Bladen verraten heute Nacht. Oh, aber morgen, und morgen, und morgen, und morgen, meine Bladen wieder verraten. Und wieder Licht. Naja. Mehr oder weniger. In Rijusen�� beten ich, nur da. Ja. Keinmer, Loare. Wir haben eine gute Idee. Wir machen alle. Ihr habt mich mit mir gut. Oh, nice. Oh, nice. Well, let's go. It feels a bit like a... ...Wirms-Aussichtspunkt. It feels a bit like a different time when we are at the long journey. We are at the long journey. Even if we are not at the long journey. But it is... ...Fredo's Gate liegt for us. Behind it is all in Sichtweather. It is a nice moment. So nice, that we are with our inventory. We have 4-16 damage. 6-18 damage. We have time for a new weapon for you. We have time for a new weapon. Ah, no. We have time for a new weapon. I am sure... ...We have time for this. Das geht nicht. Hm, die kann nicht ausdruckt haben. Sehr selten. Das steht ganz aufgebrochen. Nice. Der sieht doch gut aus. Die pfeifen hier mit dem Mund. Ja, vielleicht können wir erstmal einen Moment der Ruhe genießen. Erstmal ein Bein aufheben. Um dann was zu machen. Wir sammeln hier mal ein bisschen. Wir sind doch hier hochgekommen. So wie die Leitung. Nichts drin hier. Das ist noch für einen Moment der Ausblick gewesen. Wir sind noch ein paar Meter. Wir dürfen den Weg dort hin. Wie wir schon gehört haben. Wir werden uns bei Kämpfen erwarten. Aber wir sind noch fast aus dem Schattenbereich raus. Wir sind... Wir sind wieder im Licht. Wir haben uns gerade Nacht. Es ist vielleicht besser Fliegenübergang. Es soll jetzt nicht von... ...dunkel zu... ...hell kommen. Jetzt durchsuche ich hier mal die Gegend. Wir werden noch was gebaut bauen. Reisetruhe. Und hier unten. Jetzt können wir uns wieder... ...lange Roster trinken. ...lange hier... ...lange hier... ...dum... ...dum... ...lange hier... Gerüchte auf, schneller gut. Ja, haben wir schon besseres. Oha. Oh, nix. Ein paar Schuhe. Und ein Schutz. Wenn wir zusammen reisen, wird mir klar, dass ich kaum etwas über euch weiß. Sie werden wohl nicht Romance. Und holen, wer weiß, was noch kommt. Und dann, wer weiß, was noch ein Kind für einen Laptop, dann? Hilfe wird nicht von den Historiebuchern kommen. Oder von allen alten Geschichten, die ich euch spinnen kann. Das ist eure Geschichte, um zu schreiben. Daher. Habe ich meine Rolle als euer wieser und wiesender Herr? Bitte, ihr seid nur eines dieser Dinge, Wang. So alt seid ihr auch wieder nicht, oder? Ja. Ihr wollt wohl nicht über die Vergangenheit sprechen. Wollte ich etwas fragen? Oh. Wollte ich. Wollte ich etwas lieber. In meiner Jugendlichen bin ich ein, und sehr nicht so schlechtes, Mitglied der Kolonien der Hive-Minde. Ich fühle mich wie sie denken. Ich sah die Welt wie sie tun. Falsch, unnatürliche, die finden die Falschheit in uns und es schreiten sie zu ihrer Willen. In wem spricht ihr? Vielleicht bin ich der Parasit, der den Körper steuert. Es müsste anders. Das Älteste gehört und bleibt eine Sklave. Mein Verstand ist noch der meiner. Und so soll es auch bleiben. Ich glaube dir. Du erinnerst mich von einem anderen, den ich wusste. Markt durch die Forzen über ihre Kontrolle. Die Gäste können die Kraft oder sie entfernen. Aber so lange, wie dein Wille bleibt, hast du die einzige Wege, die du brauchst. Ich würde die Weiß nicht ins Team mitnehmen. Ja, wie geht es besser? Ich brauche noch mal G im Team. Vielleicht will. Schade, dass es für sie nicht mit dem Team geht. Oder doch. Und mit dem anderen können wir gleich noch reden. Und Karla. Obwohl ich hier nur mit Karla. Obwohl ich hier nur mit Karla. Wir haben mit ihm in der Lage schon kämpft. Das war nicht schlecht. Wir haben ein Stück Infernadisches Metall. Was machen wir da mit? Ich weiß nicht ob du noch lebst. Erzähl nun mit eurem Verhältnis zu Gortysch. Er hat mich gesehen und sagte, ich war perfekt. Ich mag das. Nicht so, wie das. Es war einfach so gut. Ich habe ihn sicher. Er hat mich gut gekauft. Gut genug, um meine Leute zu einem besseren Garten zu bringen. Und etwas für die Zukunft. Mein Zukunft. Ich erinnert ihn. Er hat ihn gegründet. 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 Das ganze mit Zahriel passiert so schnell. Ich hatte keine Ahnung, was hat sich gegründet. Bis es war es. Ein Moment war ich in Baldur's Gate. Ein glückliches, gesundes, nicht ganzes Kind. Der nächste war ich in einer Vernauss mit einem Engel für ein Herz. Zahriel... Lief�. Er hat ihn gegründet. für meine Services. Sie wollte eine neue Maschine testen. Und er sagte, dass ich es kann. Er war richtig. Manchmal wünsche ich, dass er nicht... Schmerz, schmerz... Schmerz. Wir denken. Da du bist. Ich habe erwartet, mit großem Anwesen. Kommt näher. Oh. Ich fühle meine Sprache rattle, als ich die Verkäufe auszusehen. Moon Maiden, Seluna. Hear mich. Katharikthorne, Traitor! Apostle von Merkel! Er ist tot. Er ist tot. Mein Freund, der höchste. Schmerz, Isabel, ist sicher und gut. Sicher und gut. Und zurück zu meinem Erinnerung. Schmerz auf den Schmerz des wachsenden. Ich hätte schon ordentlich beigetragen. Gold wäre mir lieber gewesen, als dein Gebet. Oh Gott. Das ist aber noch nicht die Mondmagie. Es gibt noch sehr viel, was ich nicht über euch weiß. Wie möchtet ihr auch neu über eine Freiheit nutzen? Seid ihr wirklich die Tochter der Seluna? Wie kam es dazu, dass ihr im Schattenfeld gefangen wird? Zu Isabel und euch gibt es wirklich eine lange Vorgeschichte. Ich hoffe immer noch, dass wir die und wir jetzt hinkriegen können. Das ist da, die wäre eine mächtige Verbündete im Kampf. Würde eure Mutter uns im Kampf gegen die Toten 3 beistehen? Warum hat sie es bereits gesagt? Sie hat ihr Schwert zu eurem Seite gebracht. Dame Aylen. So wunderschön sind ihre Wunderschöne, ihre große Wunderschön. Zusammen werden wir dieses Fairland frei von Tyrannien und Mördern setzen. Wie sie irgendwie gerne im Team haben und ihr irgendein schmutziges Kammand anziehen. Was da einfach... ...einen ranzigen Wut draufsetzen. Ketheric Thorne. Vater meiner einen und nur Liebe. So ein Engelwitz dabei zu haben, das auch nicht. Ketheric Thorne hat mich nie vertraut. Es ist wahrscheinlich zu viel gehofft. Es ist wahrscheinlich zu viel gehofft. Ich hab ein Herz des Glüssen. Sie ist so... ...unterreich geblieben. Ich bin gebetet, 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 verletzt und vorbeige! Und vorbeige! Und vorbeige! Und vorbeige! Ich habe wiedergekriegt! Denn es ist meine Natur. Und Ketheric hat mich auf meine Immortalität. Aber, lo! Der Bruder ist tot, und wir, wir leben! Ich kann es nicht glauben. Ich kann es glauben, dass Aylen hier ist. Und mein Vater. Ich habe gehört, was passiert. Was er hat sich gemacht. Durch ihn zu töten. Du hast ihn frei. Du hast Aylen frei. Und ich. Zwischen Aylen und euch ist wohl viel geschehen. Was genau? Oh. Ich bin auch die Frau der Mühlein selbst. Sag mir. Glaubst du in Liebe auf der ersten Seite? Bevor ich die Frage beantworte. Da fällt gerade ein. Ich wollte es nicht in dem Moment sagen, wo Schatten herzens verlassen hat. Weil das war ein bisschen Wissen. Das war Meta-Wissen, was ich noch nicht hatte. Was ich noch nicht haben konnte. Aber ich weiß jetzt. Jetzt wo es weg ist, kann ich es erzählen. Wir verpassen hier was richtig Gutes. Es gibt nämlich einen Ausgang. Es gab drei Möglichkeiten, wie das ausgehen. Gehen konnte mit Schattenherz. Entweder sie. Sie ersticht. Sie ersticht. Sie ersticht mit ihrer Lanze, die das nachgeht. Was war jetzt. Das war so schrecklich gewesen. Hat man sie jetzt nicht hier gehabt. Eine zweite Lösung haben wir gesehen. Dass sie nicht dabei gewesen ist. Oder wir sie irgendwie aufgehalten haben. Und sie sagt, ich habe keinen Bock mehr. Und es geht. Eine dritte Lösung. Die wäre noch viel besser gewesen. Sie hätte herausgefunden. Nachdem sie. Wenn sie dabei gewesen wäre. Und wir sie dazu überredet hätten. Sie zu verstehen. Das Gedicht. Sie zu verschonen. Hätte sich herausgefunden. Durch Nachtglied. Oder durch die. Wie hieß die nochmal. Ich weiß noch nicht. Sie hätte herausgefunden. Dass sie eine Sendung ist. Das wäre eine geniale. Die Story noch zu erleben. Das wäre so ein Jahr gewesen. Da hätte. Ich glaube. Die hätte dann auch ihre Haarfarbe verfärbt. Und wer hätte auch so weiße Haare gekriegt. Das wäre. Wow. Und wer zur weißen Ritterin geworden ist. Es ist einfach. Eigentlich so scheiße. Dass wir das nicht erlebt haben. Aber. Ja. Es ist. Es ist einfach. Ich finde das. Was ich nicht mit reingenommen habe. Hätten wir es überreden können. Das wäre das. Ja. Ja. Ist ein bisschen schade. Schatten. Schattenherz nicht mit dabei ist. Aber. Ja. Ja. Sie wäre zu einer Sendung geworden. Bade. Liebe. Pfff. Lust stündlich. Gewisse Blicke könnten magisch sein. Ich glaube euch. Dass ihr sie ehrfürchtig angehimmelt habt. Nein. Aber es klingt als tätet ihr es. Also ganz ehrlich. Liebe auf den ersten Blick. Nein. Nein. Das ist kein Mieter. Man kann sich verknallen. Man kann sich sagen. Oh. Oh. Schöne Person. Das ist aber so. Verliebt ist immer noch so ein bisschen. Ich glaube da brauchst du noch ein bisschen Chemie. Was da muss. Da muss noch ein bisschen. Da muss. Da muss noch mehr was passieren. Und das da auf den. Auf den zweiten oder dritten Blick vielleicht. Da war so richtig auf den. So dieses Märchen von. Ich guck den an und. Sofort verliebt. Schwachsinn. Ich bin halt noch. Du sonst wie meinem Vater. Aber. Es war noch mehr als das. Es war keine nig Au freed purpose. Es war Liebe. Die beiden sekt in mir. Ich geführe es doch gleich. Ich millimeter mich propon. Ach. Halen ist swingär. Feeling. Mir gehört es ganz dr하amer. Das war die größte Beleidigung zu denen, der sie gerade in der Lage ist. Oh je. Klingt wie ein Vater. Wow. Und dann war mein Vater so verändert, so hideously warpt. Der Tippel hat gerufen, oh wow. Mein Monster würde seine eigene Tochter aus dem Grab reißen. Er wäre im Müllkurs ausgewählt worden. Und ein Monster, er wurde ein Merkulite. Ich wusste nicht das dann, aber ich konnte die Veränderung in ihm sehen. Er hat mir gesagt, dass wir jetzt zusammen wären. Er sagte, dass Aelin tot war. Ich konnte nicht sprechen. Ich konnte nur rüber, dass ich meine Vater in der Nähe habe. Ich habe eine Schläge dort gemacht und ich beobachte, dass mein Vater mich nicht finden würde. Nachdem ich Jahira kam, habe ich nur genug zusammengefasst, um zu wissen, dass ich 100 Jahre alt war. Das ist nicht fachend, dass mein Vater die Sauerstin der Horror, die diese Lande verbringt. Das nervt mich. Ich habe versucht, sie zu verhelfen, aber ich kann nicht verhelfen. Kein Problem, was. Ich bin gerne im Team Beitritt. Wir könnten euch hinziehen gebrauchen, ganz ehrlich. Möchtet ihr eure Freiheit nutzen? Das ist großartig. Wir können gemeinsam das blöde bekämpfen. Ah, ich hoffe, sie schließt sich uns jetzt an. Gehe ich jetzt sehr gerne im Team. Wir könnten euch jetzt angreifen. Große Güter. Dann der Gedanke. Viele Gespräche jetzt hier. Astarion. Wir könnten auch noch lange nicht mehr lehren. Die Gäste sind geschlossen. Wie ist Cazador. Und wir sind nicht mehr näher, zu wissen, warum dieser Basterd ist so beschäftigt, mit mir zurückzubekommen. Gibt es weitere Anhaltspunkte? Werden sie töten? Komm, was wollen wir? Ich denke, wir sollten meine Freunde sparen. Ich bin nicht genau auf die Reunion schauen, aber vielleicht werden sie etwas wissen. Wenn wir sie finden können, können wir sie uns sagen, was er hat getan, seitdem ich war. Und ehrlich gesagt, ich denke, sie werden mich in der Nacht kommen, wenn ich nicht. Wir können die anderen Drohslinge sein. Wir werden nach ihnen suchen. Ich habe eigentlich genug von Vampiren. Nein, ich würde es mit euch jedenfalls nicht tun. Ich weiß, ich bin ein realer Gehleit. Aber wir sind in Gefahr. Und wir müssen die anderen Drohslinge treffen. Wir sollten sie erst zu kommen. Und dann können wir sie elf machen. Das ist wahrscheinlich nur noch mal beim Kuchen. Wir sollten vielleicht mal mitnehmen. Und wir sollten mal die Astarion und die Questa weiterbefolgen. Ich bin ein guter Gehleit. Ich bin ein guter Gehleit. Die Drohslinge werden immer folgt die Natur über eine Art von einer Mörder. Wie geht es in diesem Weg, ist es notwendig. Wie müssen wir. Ich bin ein guter Gehleit. Ich frage die Wunderschön der Entscheidung, aber so kann es. Ich werde hier im Moment. Ich will Mastarin mitnehmen... für ein Bällchen... und brauchen einen guten Schumpen für ein Team. Und wir können das wieder abmachen. Yay! Wir haben heute noch nicht genug davon. Aber es ist immer schön, nach dem letzten Part... Nach dem letzten Part mit dem Kampf gegen Kephrik Schorm und dem toten Gott. Und es ist immer gut, wieder ein oder zwei ruhige Parts zu haben. Es ist wirklich gut. Geist auf die Kraft. Spiegelbilder. Geist auf die Kraft. So, was können wir hier setzen. Brennende Hände, das kann schon werden, das. Dunkelheit. Das passt zu ihm. Blenden genug, das ist ja schön. Das ist ja schön, damit bin ich die Schwester hier in der Runde. Ich bin gespannt, ob wir einen langen Rast machen können. Oder ob wir noch ein bisschen was suchen müssen. Ich bin gespannt, wie ich jetzt nicht würde. Ich bin gespannt, wie es dir sahen würde. Ich bin gespannt, wie es sich ausspuckt. Oh, wie ist das? Ja, ein bisschen... Na schauen. Die sind ja aufgeladen. Die sind ja aufgeladen. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Will you use the power you gain for your own purposes? Now we have to decide, or what? I just want to free myself from these parasites. And I will do everything. The Soviets have said that. But I will control the world. Wow. And if you have time to decide, I will be spontaneously. I will free all of these bad things. I will save you soon. You will not have long to wait. All you need to do now, is sleep. But sleep is not for you. It is the worst song. You are the best song. You are the best song. Wir sind unter Attacken. Hilf mir! So klar. Ziel zu weit entfernt, natürlich. Dann der Baumann langerast. Viel Schlag gibt's doch nicht. Oh, ja. Geos hat den Team rausgenommen. Ich dachte, jetzt wird's ruhig. Wir müssen das Portal zerstören. Oh, keine Ahnung. Nein, halt durch. Ich habe, glaube ich, nicht gespeichert. Das wird zu lustig, wenn wir jetzt aufgehen. Dann habe ich das letzte Mal gespeichert. WTF? Wir müssen einen anderen angriffen. Wir müssen uns aufgehen. Er hat das wieder. Das sind starke Viecher hier. Einer weniger. Zwei weniger. Sehr schön. Was zum Händler? Oha, Stufe 4. Hier kommt der nächste Gegner. Wir müssen zum Portal, so schnell es geht. Komm, mach's einer. Ja. Okay, das ist Portal. Ähm. Das ist gut. 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 Wir haben nicht so viel gebraucht. Äh, was jetzt? Und hier los sind wir? Was? Was zum... Hä? Was? Wie? Ach du Scheiße Ähm 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 Spiel vorbei Du hast dich ihr ergeben und bist Teil ihres großen, großen Plans What? Wie? 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 Wie?